Du verwendest Unify Access Points zur WLAN-Versorgung in deinem Netzwerk, nutzt aber noch nach wie vor deine Fritzbox als Router und fragst dich nun, wie du das getrennte Gastnetzwerk deiner Fritzbox über deine Unify Access Points aussenden kannst? Dann bist du bei diesem Video hier genau richtig. Ich zeige dir, wie du deine Access Points so konfigurieren kannst, dass diese das originale Gastnetz deiner Fritzbox aussenden und deine Gäste nicht mehr auf deine internen Netzwerkgeräte zugreifen können. Was du dazu brauchst und wie das Ganze funktioniert, das siehst du jetzt. Hallo, mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Wenn du Fragen zum Thema Unify hast oder Unterstützung bei der Konfiguration oder dem Aufbau deines Unify-Netzwerks benötigst, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an service-at-apfelcast.com. Wie ein klassisches Unify-Gastnetzwerk bei einem Unify-Full-Stack-Aufbau funktioniert, das habe ich erst kürzlich in einem Video gezeigt. Also da geht es einfach darum, dass ihr neben den Switches und Access Points in Unify auch eine Firewall, ein Gateway eben auch von Unify hier verwendet. Nun, hier nutzen wir jetzt aber in dem Beispiel weiterhin die Fritzbox als unseren Router und damit natürlich auch als Gateway, der dann für uns auch hier diese getrennten Netze aufbaut. Schauen wir uns jetzt mal an, was ihr braucht, damit ihr das wie im Video hier gezeigt dann gleich umsetzen könnt. Nun, als erstes, ihr braucht natürlich Unify-Access-Points. Werdet ihr erst gedacht, welche Modelle ihr da verwendet? Ganz egal, das funktioniert mit allen Unify-Wi-Fi-Access-Points. Dann solltet ihr natürlich auch Zugriff auf euren Unify-Controller haben, also die Network-Controller-Software. Dabei ist es auch ganz egal, ob die bei euch auf einem PC läuft, ob ihr die als Docker-Container betreibt, ob ihr die auf einem Linux-Server installiert habt, ob ihr einen Unify-Cloud-Key benutzt, ganz egal. Ihr müsst halt einfach nur eure Unify-Geräte damit verwalten können. Jetzt kommt noch eine wichtige Sache. Ihr braucht auf jeden Fall auch, damit ihr das wie gezeigt hier umsetzen könnt, einen Unify-Switch. Aber keine Sorge, das muss nicht teuer sein, muss auch kein großes Modell sein. Es reicht auch schon hier dieser Unify-Flex-Switch, 5-Port-Switch für um die 25 Euro. Das würde schon als Einstieg hier vollkommen reichen, wenn ihr bis zu 3 Access-Points damit versorgen möchtet. Wenn ihr mehr als 3 Access-Points habt, bräuchtet ihr einen größeren Switch. Und bei einer höheren Anzahl von Access-Points lohnt es sich vielleicht auch von Unify, einen PoE-Switch hier sich zu holen, der also auch direkt über ein Netzwerkkabel dann eure Access-Points mit PoE-Strom versorgen kann. Der hier kann zwar PoE empfangen, also kann selber, der Switch an sich, per PoE mit Strom versorgt werden, aber ihr müsst natürlich bei den Access-Points, die ihr dann hier hinter anschließt, immer noch einen PoE-Injektor anschließen. Aber wie gesagt, nutzt da einfach den Unify-Switch eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch einen 16-Port, einen 8-Port, einen 24-Port-Switch und so weiter hier verwenden. Das ist ganz egal. Die lassen sich in Unify alle genau gleich managen. Für den kleinsten Setup, wie gesagt, mit bis zu 3 Access-Points, reicht der hier vollkommen aus. Schauen wir uns nun mal an, was wir hier eigentlich genau konfigurieren. Hauptsächlich nutzen wir für das, was wir hier tun, hier eine Funktion, die eigentlich eine jede Fritzbox nicht bringt, egal ob das eine Cable-Fritzbox ist, eine DSL-Fritzbox oder eine Fiverr-Fritzbox ist. Und zwar, dass ihr das Gastnetzwerk nicht nur per WLAN ausgeben könnt, sondern auch über einen LAN-Port. In der Regel ist es Port 4 oder Port 5, je nachdem, was für ein Modell ihr hier verwendet. Und das geht, wie gesagt, bei allen Modellen. Diesen Gast-Port der Fritzbox, den speisen wir dann in unser Unify-Netzwerk ein. Nun, wie funktioniert das Einspeisen hier konkret? Schauen wir uns dazu mal die Verkabelung an. Ihr schließt einmal den Switch ganz normal über ein LAN-Kabel an eurer Fritzbox, an einem normalen Port, also beispielsweise Port 1 bis 3 an. Dann nehmt ihr ein weiteres LAN-Kabel, das steckt ihr an den Gast-Port eurer Fritzbox an, also beispielsweise Port 4 oder Port 5, und verbindet diesen dann mit einem weiteren Port auf eurem Switch. Hier müsst ihr euch genau merken, welcher Port das ist. Nun, die anderen Ports, die ihr dann noch an eurem Switch übrig habt, die könnt ihr dann verwenden, um hier die Access-Points anzuschließen. Wir können natürlich dann über diesen Switch auch ganz normal dann entweder das Gast-Netzwerk an andere LAN-Dosen beispielsweise ausgeben oder natürlich das ganz normale Standard-Fritzbox-Netz an andere Netzwerkgeräte. Nun, so viel hier mal zur Verkabelung, wie man das Ganze jetzt noch in der Software konfiguriert, das seht ihr jetzt. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf meinem Unify-Controller angekommen und ihr seht hier auch schon die Unify-Geräte in meinem Netzwerk. Das ist hier sozusagen der minimalstmögliche Aufbau, also ein Flex-Mini-Switch und ein Access-Point. Wie gesagt, das kann bei euch natürlich anders aussehen, mehrere Access-Points oder auch ein größeres Switch, gar kein Problem. Nun, beginnen tun wir mal mit der Konfiguration, gar nicht hier im Unify-Controller, sondern erst an der Fritzbox. Das heißt, ihr geht einfach auf eure Fritzbox drauf, wie gesagt, ganz egal ob das eine Fritzbox-Cable ist, eine DSL-Fritzbox, eine Glaswasser-Fritzbox, das funktioniert immer genau gleich. Hier geht ihr dann in den Bereich Heimnetz und Netzwerk und dann geht ihr hier einmal in die Netzwerkeinstellungen rein. Hier oben ist da so ein zusätzlicher Tab. Für uns wichtig ist dann diese Bereiche, nämlich Gastzugang und um genau zu sein, ist dieser Bereich für uns hier wichtig, nämlich Gastzugang für LAN 5 aktiv, also, dass wir da das Gastnetz als isoliertes Netz, als LAN-Schnittstelle ausgeben. Nicht wundern, vielleicht steht da bei euch auch LAN 4, das hängt eben davon ab, wie viele LAN-Ports eure Fritzbox hat. Wenn ihr HC 5, deswegen 5, wenn eure 4 hat, ist es Port 4 immer der letzte eigentlich. Gut, hier setzen wir jetzt nun einfach den Haken und hier könnt ihr dann selbst noch entscheiden, ob eine Anmeldung am Gastzugang eben mit so Zustimmung zu Nutzungsbedingungen und so weiter benötigt wird. Brauche ich jetzt hier nicht, braucht man also Nutzungsbedingungen allgemein, im privaten Bereich nicht. Im geschäftlichen Bereich kann das durchaus notwendig sein. Wir gehen jetzt ab hier vom einfachsten Beispiel aus, setzen also hier den Haken und klicken einmal auf Übernehmen. Jetzt könnt ihr hergehen und diesen LAN-Port 5 von der Fritzbox hier mit einem Port an eurem Switch hier verbinden. Macht das am besten erst nachträglich, also erst nachdem ihr das hier in der Fritzbox aktiviert habt, sonst kann es hier zu Problemen kommen. Also einfach einmal jetzt umstecken und dann machen wir weiter. So, jetzt ist bei mir der LAN-Port 5 von der Fritzbox auch mit dem Port 5 von meinem Switch hier verbunden. Merkt euch also auf jeden Fall die Portnummer am Unify-Switch, das brauchen wir später noch. Jetzt gehen wir hier erstmal im Unify-Controller in die Einstellungen rein, dann auf den Punkt Networks und erstellen uns hier erstmal ein neues Netzwerk, also kein Wi-Fi-Netz, sondern ein ganz klassisches Netzwerk. Denn hier in diesem Default-Netz, das ihr ja von Anfang an schon habt, habt ihr jetzt quasi den Adressraum oder das Netz von eurer Fritzbox, das das Hauptnetz darstellt, also wo eure ganzen Geräte drin sind, wo ihr euch bisher dann auch mit dem WLAN verbunden habt. Jetzt brauchen wir hier eben noch ein zusätzliches Netzwerk für das Gastnetz. Das erstellen wir hier. Hier könnt ihr jetzt Namen eurer Wahl vergeben. Ich sage jetzt hier in dem Fall ganz einfach mal Gast, ganz unkreativ. Und dann wichtig, hier lasst ihr die Einstellung bei Third-Party-Gateway, weil ihr habt ja jetzt hier, weil ihr kein Unify-Firewall habt, nur diese eingeschränkten Funktionen. Ihr müsst jetzt hier eine WLAN-ID vergeben. Die Nummer spielt jetzt in dem Fall hier keine große Rolle. Ihr könnt hier beispielsweise einfach die WLAN-ID 5 vergeben. Ihr habt ja hier jetzt keine Firewall, die mit WLANs arbeitet. Von dem her ist das eher egal. Die unteren zwei Optionen braucht ihr in der Regel nicht. Und dann können wir hier auch schon auf Add Network einmal klicken. Und dann erstellen wir uns dafür jetzt auch noch gleich ein Wi-Fi-Netzwerk, also das, was dann ausgestrahlt wird, über das sich dann auch eure Gäste verbinden können. Klicken wir hier auf Create new Wi-Fi-Network. Auch hier könnt ihr einen Namen eurer Wahl vergeben. Ich bleibe hier ganz einfach bei Gast-Netzwerk. Dann könnt ihr hier als nächstes ein Passwort für das Gast-Netzwerk vergeben. Und jetzt ganz wichtig, ihr müsst das passende Netzwerk auswählen, denn dadurch wird gesteuert, in welches Netz denn eigentlich der Gast kommt, wenn er sich mit dieser SSID und dem Passwort verbindet. Er soll nicht in euer Default-Netz kommen, also da eure ganz normalen Themen in der Fritzbox drin sind, sondern er soll eben in das Gast-Netzwerk kommen. Das wählt ihr hier einmal an. Dann könnt ihr theoretisch noch auswählen, auf welchen Access-Points das ausgestrahlt wird. Und ihr könnt natürlich dann hier noch im Bereich Advanced die üblichen Zusatzeinstellungen vornehmen, wenn ihr das benötigt in eurem Fall. Ich benötige das jetzt hier nicht. Ich lasse das alles auf dem Standard- bzw. Auto-Modus und lege mir jetzt hier auch einfach das Netzwerk einmal an. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Jetzt müssen wir einmal zurückgehen hier zu den Unified Devices und gehen dann hier einmal auf unseren Switch drauf, gehen hier auf die Ports, gehen dann hier einmal auf den Port Manager, gehen dann hier auf den Port Nummer 5 oder eben den Port, wo ihr dann eure Fritzbox mit dem Gastnetz verbunden habt. Und ganz wichtig, hier müssen wir das Port Profiles unbedingt eben auf unser Gastnetzwerk umstellen, dass eben auch der Access-Point weiß, wo bekommt denn überhaupt dieses Gastnetzwerk her. Das ist wichtig an dem Punkt. Der Rest könnt ihr hier wieder einmal auf ganz normal Standard belassen. Ihr könnt hier noch einen Namen für den Port vergeben. Das ist insoweit egal. Klickt hier auf Apply Changes. Wichtig ist allerdings, dass euer Port, an dem euer Access-Point hängt oder alle Ports, an denen Access-Points hängen, dass diese immer das Port Profile All haben, dass ihr also alle Netzwerke durchgehen könnt. Weil hier werden ja dann zwei Netzwerke durch einen physischen LAN-Port geschickt. Wenn ihr das soweit habt, sind wir mit der Konfiguration in der Unified Software auch schon fertig. Ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze doch mal aus. Um das Ganze zu testen, bin ich jetzt hier einmal auf meinem iPad angekommen und wie ihr seht, bin ich jetzt hier schon mit dem ersten WLAN-Netz verbunden. Das nennt sich hier Office. Ist also mein Standard-WLAN-Netzwerk, das ich schon initial direkt mit Unify eingerichtet habe. Wenn wir uns hier mal die Netzwerkeinstellungen anschauen, sehen wir auch, wir landen hier bei IP-Adresse direkt in dem Standard-Adressraum meiner Fritzbox. Ich habe jetzt hier mal, um zu zeigen, auf was ich im Netzwerk Zugriff habe und auf was nicht, einmal hier in Safari schon mein Synology NAS hier geöffnet, das sich in dem Netzwerk findet. Wie ihr seht, seht ihr auch die ganz normale interne IP-Adresse. Das kann ich hier auch aufrufen. Ganz normal natürlich aus dem internen Netz. Das Spannende ist natürlich jetzt aber, was passiert, wenn ich hier einmal ins Gastnetzwerk reingehe. Dazu verbinde ich mich einmal hier mit. Geht jetzt bei mir automatisch, weil ich das Passwort davor schon einmal hier eingegeben habe. Ansonsten müsstet ihr euch natürlich hier einmal noch kurz mit dem Passwort authentifizieren. Der erste wichtige Punkt ist jetzt, wenn wir hier auf das I gehen, sehen wir, wir haben nun eine IP-Adresse in einem anderen Adressraum bekommen, genauer in dem Gastnetz-IP-Raum meiner Fritzbox hier. Gehen wir nun einmal zurück in den Browser hier rein, aktualisieren einmal die Seite und wie wir sehen, es lädt nichts. Das ist natürlich auch genau der Effekt, den wir hier erzielen wollen, nämlich, dass eben unsere Gäste zwar ins Internet können, aber hier keine Geräte im internen Netzwerk aufrufen können. Also ihr seht, da kann ich jetzt noch lange warten, da kommt irgendwann eine Fehlermeldung, aber ich komme eben hier nicht auf meinen NAS drauf, wie ihr oben am Ladebalken seht. Allerdings, Google und alle anderen Webseiten natürlich kann ich hier komplett problemfrei aufrufen. Die Konfiguration war also erfolgreich. Ich hoffe, das Ganze hat nun bei euch auch so funktioniert, wie ich euch das gezeigt habe. Falls dem nicht so ist oder ihr auch komplexere Anforderungen an eure Unify-Netzwerk habt und dabei Unterstützung benötigt, dann schreibt mir doch ganz einfach eine E-Mail an service-at-apfel-cast.com und ich helfe euch natürlich weiter. Ansonsten findet ihr hier in der Endcard verlinkt auch noch eine Playlist mit weiteren Videos rund um das Thema Unify und wenn ihr euch natürlich im Allgemeinen für das Thema Unify Open-Source-Software, Netzwerk-Telefon-Software und so weiter interessiert, dann könnt ihr auch sehr gerne hier meinen Kanal abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.